Hallo, ich bin Clemens Prüfer, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Potsdam und ich bin Diskuswerfer. Es ist einfach die Gesamtsportart. Es ist einfach ein sehr abwechslungsreiches Training auf der einen Seite und der reine Technikablauf beim Diskuswerfen ist sehr komplex, was sehr viel Zeit beansprucht, aber es macht Spaß da die bestmögliche Technik für einen rauszufinden. Ich werfe jetzt seit 2013 nur noch Diskuswerfen, vorher eine Allgemeinausbildung gewesen und seit 2013 nur noch Diskuswerfen. International mehrere Jugendmedaillen, also letztes Jahr Silber bei den U23-Europameisterschaften, Silber bei den Olympischen Jugendspielen. 1 2 4 4 8 9 10 10 12 15